was geht ab freunde hallo und herzlich willkommen zum neuen shop mit hanktv 49 ich hoffe euch geht's gut und ihr hattet ein schönes wochenende der neue shop ist da mit captain amerika ihr lieben das outfit captain amerika ist wieder da mit dem rücken accessor proto adamantium schild dazu gibt es noch mal ein erntewerkzeug von captain amerika das gibt es für 2000 im shop ihr lieben dann haben wir noch mal das demo effekt voller salut so dann haben wir hier noch mal erntewerkzeug kräftiger bis das outfit christel die süße christel ist wieder da ein sehr neister skin sehr beliebt bronto das outfit bronto mit dem rücken accessor bronto beutel ist da passt sehr nice schöne farben dann haben wir hier noch mal hänge gleiter peterodactylos ein sehr witziger hänge gleiter so was haben wir noch hier herum das outfit augen ist da ihr lieben in drei verschiedenen farben dazu gibt es noch mal ein rücken accessor auch in drei verschiedenen farben so kommen wir zur rechten seite schädeline das outfit schädeline in drei zwei verschiedenen farben zwei verschiedene ausfeld outfits dazu gibt es noch mal ein rücken accessor schädelines rucksack und herausforderungen gibt es noch dazu leute dann haben wir den fortnight klassiker drin steinstirn das rücken accessor steinstirn das rücken accessor sessel das rücken accessor die röhrer rückenröhre und noch ein erntewerkzeug zwack als paket für 1200 die lieben flamingo könig der nette flamingo ist wieder da haben wir doch noch mal wie gestern die tik tok tänze rolli und last forever das hänge gleiter ist die star wars reihe x flügler von vanguard staffel ist immer noch da das schattenschlag paket ist noch da und die einzelnen skins und pgexe das war's von shop heute ihr lieben lasst auf ihren abo da lassen leichter aktiviert die glocke um nichts zu verpassen falls sie mich unterstützen wollt hängt die wien 049 im shop eingeben dass mein creator code gute nacht ihr lieben bis morgen schlaf gut 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 Vielen Dank.